Tim, bürste doch mal einmal. Tim hat seine Zahnbürste heute mit. Sollen wir gleich runter in dein Auto gehen? Guckt euch das mal an. Na, das können wir mal an meinem Auto machen. Ja, klar. Ey Martin, guck mal, der geht mit eine Bürste auf meine Motorhaube. Diese Motorhaube kostet um die 14.000 Euro. Guckt ihr das an. Das ist mein Auto, ja? Das ist mein Auto jetzt. Hier, mach selber. Ey, nein, ich mach den Teufel. Ich kratze doch nicht mein Auto voll. Und los. Okay, jetzt arbeite ich mal. Da geht noch mehr. Wisst ihr, wie das weh tut? Alter, nicht dein Ernst. Boah.